Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer weiteren Ausgabe meiner Game of Thrones Recaps. Heute dreht sich alles um die neue Episode Blood of My Blood. Natürlich Spoiler-Warnung für alle, die die Folge noch nicht gesehen haben. Kehrt später doch zu diesem Video zurück, wenn ihr dann die Folge gesehen habt. Denn spoilern lassen wollt ihr euch wirklich nicht. Nicht bei Game of Thrones. Das wäre echt doof. Genau, wir haben wieder eine ziemlich coole Folge gehabt. Ich überlege gerade, wie ich anfange. Ich glaube, also es ging am Anfang mit Bran los, aber das verschiebe ich, weil das für mich einfach mal wieder die coolste Storyline war. Deswegen fangen wir einfach erstmal mit Sam und Gilly an. Die kehren nach Horn Hill zurück zu Sams Familie und sitzen am Anfang erst in der Kutsche, er ist total nervös und überhaupt. Und dann treffen wir erst seine Mutter und seine Schwester, die sich total freuen, die beiden zu sehen und generell ziemlich happy sind und auch relativ sympathisch wirken. Und man denkt so, okay, sieht ja alles ganz gut aus. Und natürlich kommt dann später der Vater noch dazu, nachdem sie beim Essen sitzen, weil er vorher noch auf der Jagd unterwegs war. Und Gilly hat so ein normales Lady-Kleidern, was irgendwie weird wirkt, aber gut. Ja, ziemlich unangenehme Szene irgendwie, weil der Vater ist ein noch krasserer Tywin, wenn man so will. Weil er ist einfach ein totales Arschloch, der irgendwie Sam für unwürdig hält. Und überhaupt, deswegen hat er ihn ja damals auch zur War geschickt und all seiner Titel beraubt, wenn man so will, schon fast. Und ja, ne, Gilly steht wieder für ein bisschen ein, meint, hey, er ist voll der krasse Typ, jo, er hat einen White Walker gekillt und shit. Dann kommt allerdings raus, dass, oder der Vater erfährt, dass Gilly nun ein White-Ling ist. Und das findet er dann natürlich nicht ganz so cool und, äh, ja, hält dann auch wieder eine ewig lange Rede, wie scheiße Sam noch ist und überhaupt. Ich fand es, wie gesagt, relativ unangenehm und Sam traut sich auch nicht irgendwas zu sagen. Zum Glück, ja, ist die Mutter da von Sam und die Frau von, naja, dann halt nicht so eine, die sagt, äh, ich halte jetzt auch mal die Fresse, sondern der steht halt mal auf und sagt, fuck you, man. Ich hab keinen Appetite mehr. Ja, und, äh, ja, geht raus. Ähm, genau, und dann dachte ich erst, wow, jetzt, weil der, äh, Sams Vater schickt Sam dann weg, sagt, hey, morgen bist du ja raus, ja, und kommst nie wieder zurück. Ähm, ja, und dann verabschiedet Sam sich schon von Gilly und Little Sam. Und man denkt sich schon so, ey, fuck it, shit. Ja, er geht schon so aus dem Raum, türen sie zu und dann kommt er halt wieder rein und sagt, fuck it, we belong together, always. Und dann schnappt er sich noch Heartsbane, was vorher schon mal kurz erwähnt wurde. Ähm, ja, denn die Talies haben wohl auch eins der letzten Valyrian Steel Swords, was, wie wir wissen, White Walker killen kann. Und er nimmt es mit, keine Ahnung, ob er, ja, es ist auf jeden Fall gut, dass er es dann hat, ne. Sie können sich theoretisch gegen White Walker wehren, aber wenn sie jetzt weiter nach, ähm, äh, ja, weiter Sams Zielverfolgung ein Meister zu werden, weiß ich nicht, ob sie es unbedingt brauchen, weil es ist ja nicht weiter nördlich, ne. Egal, ähm, ja, vielleicht will er es ja auch nur studieren und herausfinden, warum genau gerade das, äh, ja, White Walker töten kann. I don't know, wir werden sehen. Ja, das, soviel dazu, ähm, es war nett, war cool. Also, Sams Storyline interessiert mich schon, aber es ist jetzt für mich nicht so, wo ich sage, wow. Aber ich glaube, dass er später vor allem noch wichtig wird, weil es gibt nicht viele, die dann krasse Details über die White Walker wissen. Eine Person, die ich gleich noch erwähne natürlich, in Bran's Storyline, die hat noch ein bisschen Ahnung, denke ich, diese Person. Ähm, aber Sam wird dann wahrscheinlich einer der wenigen auch sein, die vielleicht mehr über das ganze Thema wissen und dann, wie man die vielleicht, äh, besiegen kann. Genau. Äh, dann weiter nach King's Landing, ähm, ja, wir haben Tommen und den High Spiral am Anfang, die sich dann erstmal unterhalten. Also richtig, ja, ist das der einzige Weg, wie wir Margaery retten können und so? Und ich denke, dachte zumindest am Anfang, ähm, dass sie über den Walk of Atonement sprechen, den Margaery anscheinend bald machen soll. Dann trifft Tommen auch noch Margaery und Margaery, ich glaube, sie spielt es auf jeden Fall, aber ich frage mich so ein bisschen, warum sie es, wenn sie mit Tommen alleine ist. Also das hat für mich nicht zu 100% Sinn ergeben. Ähm, ja, sie meint so, oh, der High Spiral, er ist ja ganz anders, als ich dachte und eigentlich ja ziemlich fesch und so, ne? Und, äh, Tommen halt auch. Problem ist, Tommen ist ja, wie wir wissen, etwas naiv und, äh, einfach zu manipulieren und wurde ja auch schon vom High Spiral relativ easy da ein bisschen eingenommen. Ähm, ja. Und das geht dann auch weiter, äh, später in der Folge mit, äh, der Tyrell-Army, die endlich, äh, dann auch nach King's Landing kommt. Dann hält der, äh, Tyrell-Vater, oh Gott, wie heißt der nochmal mit vorne? Keine Ahnung. Ähm, hält dann noch so eine, in seinen Augen wahrscheinlich sehr epische Rede, dass die Madness doch jetzt endlich aus King's Landing vertrieben werden müsste und bla und bla. Ja, und Jaime guckt nur so und denkt sich so, scheiße, das ist jetzt nicht so episch, vor allem weil er noch so ein, auf seinem Helm so Federn hat, die halt ganz schön kacke aussehen. Ja, mal ehrlich, das sieht so ein bisschen lächerlich aus, aber gut. Ähm, ja. Genau, dann stehen sie halt da, ne, facen, ganz scheiß, ähm, der High Spiral spricht quasi zum Volk und man denkt so, okay, fuck, äh, Marjorie muss jetzt gleich ihren Walk of Atonement machen und shit und das würde ihren gesamten Einfluss so ein bisschen zerstören, äh, als Königin. Und, äh, ja, dann kommt halt Jaime an mit der Armee, der Tyrells und sagt, yo, fuck it, wir kriegen jetzt Loras und Marjorie und, äh, wenn nicht, dann gibt es ganz viele Tote jetzt hier gleich, ja. Man merkt eindeutig, das Volk ist nicht auf der Seite, ähm, ja, quasi des Adels, wenn man so will, sondern halt auf der des High Sparrows, was ja auch irgendwie logisch ist. Ähm, ja, und dann kommt plötzlich der Twist im Endeffekt, ne. Weil der High Spiral meint, ja, es wird heute keinen Walk of Atonement geben, es wird keinen Stress geben. Und dann Twist, bam, 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 Tür öffnet sich und Tommen kommt raus. Und, äh, ist jetzt wohl auch, äh, ja, quasi auf der Seite des High Spiral und announced offiziell, dass, äh, Krone und Glaube oder Krone und Kirche, sag ich jetzt einfach mal, ähm, jetzt ganz fest zusammenarbeiten werden und überhaupt. Und, ähm, ja, die Kingsguard, die dann hinter ihm herläuft, haben, ist doch, haben auch neue Rüstungen quasi, wo dieser, äh, dieses Symbol, wie heißt es nochmal, Seven Night Star, irgendein Star, ähm, ja, drauf ist auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ist dann halt schon relativ scheiße, ne, weil er ist jetzt umgeben von, ähm, ganz vielen High Spiral-Leuten und, äh, neuer Kingsguard und überhaupt. Und, äh, im Endeffekt ziemlich untouchable für Cersei und Jaime und überhaupt. Und, äh, ja, Schnitt, ähm, Jaime wird von Tommen als Commander der Kingsguard entlassen und, ähm, wird jetzt anderweitig eingesetzt. Er soll nämlich nach Riverrun, äh, gehen, wo, äh, ja, wo die Festung Riverrun halt vom Blackfish Tully, ähm, den wir aus Season 3 noch kennen, in der Rob-Storyline damals, wo King of the North, King of the North, da kennen wir noch ihn und auch, äh, Gott, wie heißt er nochmal, Edmar Tully, Edmund, irgendwie sowas, ähm, der dann eine, die Frey-Tochter geheiratet hat anstatt Rob. Aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf, weil, ja, ähm, genau. Ja, er soll das zurückerholen, hat er erstmal nicht so viel Bock drauf, ähm, spricht dann auch nochmal mit Cersei. Ähm, das ist wohl so jetzt auch, was ich gehört hab, ein bisschen ein Zurückkehren zu der eigentlichen Buch-Storyline von Jaime, wenn man so will, weil da war er dann schon in, quasi vorher in den Riverlands wieder unterwegs und, äh, ja. Er ist jetzt halt keine Kingsguard mehr, er wird jetzt an den Kopf der Lannister-Army gesetzt und soll halt dieses Schloss zurückerobern. Ähm, er hat aber nicht so viel Bock drauf, er findet das ziemlich scheiße und hat, will den High Spiral eigentlich so schnell wie möglich irgendwie tot sehen. Und, äh, ja, Cersei ist ihm, ist da auch einer, äh, Meinung mit ihm. Allerdings will sie das Ganze ein bisschen anders angehen und beruhigt ihn erstmal ein wenig und sagt, er soll doch erstmal, äh, ja, die Armee anführen und, äh, der Welt zeigen, was Lannisters so können. Show them what Lannisters are. Blah, das war so, so dieser typische Satz für so einen Trailer, yo. One-Liner-Shit. Und, äh, ja. Im Buch ist es wohl auch so, dass, äh, Jaime dann irgendwann nicht mehr so auf Cersei abfährt. Aber hier scheint er wirklich immer noch voll, äh, in sie zu investieren. Und, äh, ja, krass in love mit ihr zu sein. Und, äh, sie auch irgendwie mit ihm. Und, äh, Twincest geht weiter. Äh, ja, genau. Sonst noch irgendwas? Ach ja, genau. Er meint noch so, ja, äh, Cersei. Aber ich kann doch jetzt hier nicht weggehen, ne? Bald ist ja dann Trial und, äh, ähm, da meint sie nur so, ja, es wird Trial bekommen und ich hab den Mountain. Sie ist sich also ziemlich sicher, dass sie das gewinnen wird. Ähm, ich bin gespannt, ob sie wirklich dann Clegane Bowl machen. Also, quasi, äh, ich hab das ja schon mal erklärt, dass, äh, der Hound, ja, nachdem er, man dachte, dass er gestorben ist, ja, aber im Endeffekt hat man es nie ganz sicher gewusst. Äh, doch noch irgendwie überlebt hat, dann zum Glauben konvertiert ist quasi und, äh, ja, jetzt, äh, krass gläubig ist und, äh, dann gegen den Mountain kämpfen wird. Weil er ja auch mit der Einzige ist, ja, die Chance hat und dann, wenn ja halt die Champions nominiert werden, bin ich mal gespannt, ob dann der Hound da heraustritt. Das wäre ziemlich krass und ich fände es auch irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. Ich hätte echt Bock drauf. Ähm, ja, und dann würden wir die Cleganes gegeneinander kämpfen sehen. Aber gut, ähm, ich bin gespannt. Wir werden sehen. Ähm, genau, dann gehe ich jetzt erstmal zu den Freys, ähm, denn die kommen auch wieder vor. World of Raid, der scheiß Spack, den ich immer noch bis in die Unendlichkeit hasse für die Red Wedding. Ähm, das war einfach eine, ah, es war so furchtbar. Äh, ich meine, Catelyn tot, Rob tot, alle Starks destroyed, shit. Äh, ich meine, und es war auch noch so kurz davor, dass Arya und Rob wieder vereint waren und überhaupt, es war, ah, furchtbar. Naja, aber aus der Storyline können wir uns ja auch noch an den etwas verpalten, auch etwas verpalten, ähm, und anscheinend nicht so ganz fähigen, ähm, Admiral Tully erinnern, ähm, der dann eine Frey-Tochter geheiratet hat. Denn der wird dann nochmal rausgezehrt, denn, ähm, Walder Frey findet das ganz schön scheiße, dass der Blackfish, also der etwas ältere Tully, ich glaube, ist das der Bruder von, ähm, Sams Vater? Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber. Ähm, ja, dass der, ähm, äh, Riverrun eingenommen hat, findet der natürlich nicht ganz so geil. Okay, und dann sagt er, hey, ihr wisst das zurück, Ovan spricht mit seinen Söhnen, glaube ich, und, äh, besteht darauf, ja, dass das wieder eingenommen wird. Und auch wenn die Söhne sagen, ja, wir haben nicht genug Truppen, wir haben gar nichts, und die, äh, Brotherhood without Banners, die wir auch noch aus Arya-Storyline kennen, ähm, und wo wir auch gelernt haben, quasi, dass Resurrection durch den Red God, äh, möglich ist, ähm, war auch, glaube ich, in Staffel 3. Wo das alles mit Jackan angefangen hat, und überhaupt, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Also daher kennen wir noch die Brotherhood without Banners, die raided wohl die ganzen, äh, Supplyruns von, äh, ja, den Phrase, was cool ist. Good Job, muss ich schon sagen. Naja, auf jeden Fall ist das wiederum ziemlich, äh, nice. Und die Phrase haben dann halt relativ wenig, äh, dem entgegenzusetzen jetzt, aber wir wissen ja, dass, äh, Jaime dann kommen wird, also wird das, denke ich mal, doch ein krasses Battle. Und, äh, ja, er wird dann auch, hab ich, hat man natürlich schon in der Preview für die neue Episode gesehen, den Blackfish konfrontieren, und, äh, ja, wir werden sehen, was da so draus wird. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall ein geiles Frey-Payoff bekommen, dass dieser, dass er so, ah, dass er richtig die Guts vollgekackt bekommt, irgendwie da so, gah, vielleicht von, äh, Dings hier, von, äh, Brienne. Denn wir wissen ja, Brienne wird nach, äh, Riverrun geschickt und trifft dann vielleicht auch wieder auf Jaime. Das wird auch nochmal ziemlich interessant. Ich bin gespannt, ähm, ja, wie das so ausgeht und das Battle und überhaupt und wie das Verhältnis überhaupt so ist. Weil ich glaube, theoretisch ist die Lannister-Army doch viel krasser als die von den Tullys, die sie da vielleicht haben. Wobei natürlich, ähm, da man Siege hat, ähm, die, die Offense sind, haben prinzipiell immer, ja, Nachteile. Also man kann ein Schloss, wenn es gut ist, Winterfell ja zum Beispiel auch, äh, kann ewig belagert werden und man kann es mit viel weniger Mann halten, als es, äh, angegriffen wird, als mit wie vielen Männern es angegriffen werden muss, so. Ähm, ja, genau. Äh, dann, ja, auch sehr, sehr geil, fand ich zumindest, ähm, denn, weil jetzt weiß ich, oh, da wird richtig cooler Scheiß jetzt noch kommen. Richtig cool wird das. Ähm, Arya-Storyline tatsächlich jetzt. Ja, ähm, man sieht wieder ein Stück Theaterstück, beziehungsweise es ist vielleicht dasselbe Stück, nur halt eine spätere Szene, die wir jetzt sehen. Ähm, und zwar, wie Joffrey stirbt, sehen wir in einem Theaterstück und so und, äh, das findet Arya erstmal ziemlich witzig, dann findet sie es natürlich auch scheiße, weil halt, also als dann Cersei um ihn jammert, findet sie es dann, glaube ich, nicht mehr ganz so witzig. Und kann sich so ein bisschen vielleicht reinversetzen, beziehungsweise denkt an die Schauspielerin, die sie, die sie ja töten muss. Und man sieht auch noch so die, äh, Sansa-Schauspielerin, die noch so den Text im Hintergrund mitspricht von dem epischen oder mehr oder weniger epischen Monolog, den dann die, äh, den dann Cersei als, in dem Stück natürlich, ähm, hält, nachdem Joffrey tot ist. Ähm, ja, und Arya ist auch schon drauf und dran, sie zu töten, denn sie sneakt sich dann kurz danach wieder Backstage und schüttet dann das Gift in den Drink von der Schauspielerin. Ähm, ja, die sieht sie aber noch kurz, bevor sie rausgeht und meint auch so, hey, ja, wie oft hast du das denn schon gesehen, hast du dich hier reingesneakt, aha, interessant, ja, ich bin damals auch abgehauen. Und, keine Ahnung, Arya bandet anscheinend ein bisschen emotional mit ihr an, weil da ja ähnliche Story so abgehauen von zu Hause und überhaupt. Und jetzt mit den Schauspielern, aka, naja, faceless man, ne, pretending to be someone else und so, unterwegs, ähm, ja, bandet anscheinend ein wenig mit ihr an. Und dann entscheidet sie sich im letzten Moment, kurz bevor die Schauspielerin an dem Drink, äh, nippt, doch ihn ihr aus der Hand zu schlagen und sie quasi zu salven und zu sagen, hey, die will dich tot salen, ja, und deutet dann halt auf die Sansa-Schauspielerin. Ähm, ja, Wave steht dann auch da, ich weiß jetzt endlich, dass sie Wave heißt, hab ich extra nochmal nachgeguckt, weil mir das immer nicht eingefallen ist. Ähm, wird ja auch fast nie gesagt, oder? Also, ja, oder nie gesagt, keine Ahnung. Ähm, also das andere Mädchen, was immer im Haus von Black and White rumchillt. Ähm, ja. Die sieht das dann, ne, geht dann zu Jacken und wir sehen auch, wie Jacken so, endlich mal, ne, wie Jacken wirklich so ein Face abnimmt. Wirklich ganz, ganz praktisch mit dem Messer, äh, von einer Leiche das Gesicht abschneidet. Und man denkt sich so, shit, fuck, oh, crap. Ähm, ja, das sieht man auch endlich mal, fand ich krass. Und, äh, ja, Wave hat wohl einen Deal mit Jacken gehabt, wenn Sansa den Auftrag nicht erfüllt, darf sie Sansa, äh, Sansa, was sag ich, Sansa, äh, Arya, darf sie Arya töten. Und, ähm, ja, das wird jetzt ziemlich krass und Arya geht auch zu ihrem Versteck zurück, holt Nidl wieder raus und er ist jetzt wieder fucking Arya Stark, yo. Und das wird jetzt nochmal so ein richtig nices Battle, glaube ich. Ähm, sie ist auch schon, sie weiß über die Konsequenzen, sie ist jetzt auch richtig vorsichtig da, wenn sie kurz bevor sie schlafen liegt, Nidl neben sich guckt sich noch 30 Mal um, bevor sie da die Kerze auspustet, was auch cool aussah, weil dann wurde es dunkel. Und, äh, ja, wir werden ja auch noch diese Ninja-Szene von Arya sehen, wie sie da irgendwie rumjumpt. Ich bin mal ziemlich gespannt, in welchem Kontext das dann entsteht, ob das mit dem Battle zusammenhängt. Und dann könnte es ja vielleicht auch gut sein, wenn Arya es schafft, äh, Wave zu besiegen und shit und generell, was da halt sonst noch so passiert, vielleicht nach Westeros wieder zu kommen. Und dann auch wieder, ähm, mal mehr mit den anderen Starks vielleicht in Berührung, ja, das wäre doch schon cool, oder? Ja, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr nice, das, das wird ziemlich cool. Also, ich fand Arya Storyline vorher auch schon diese Season sehr nice, aber das hat es jetzt irgendwie für mich nochmal in eine deutlich geile Richtung, äh, gelenkt, dass sie sich wirklich dagegen entschieden hat. Und, äh, ja. So, dann haben wir noch Daenerys, ähm, Daenerys reitet mit den Dothraki weiter durch die Wüste, äh, ja, fragt nochmal, ähm, Darion Harris, so, diesmal habe ich es direkt, bam, ähm, wie viele Schiffe sie denn bräuchte und überhaupt und wo man die da finden könnte. Und er meinte, ja, tausend Schiffe, ne? Man, als aufgeweckter Game of Thrones Fan denkt man natürlich direkt, hm, wo haben wir das mit den tausend Schiffen schon mal gehört? Oh ja, bei Euron Greyjoy, hm, der ja auch Daenerys treffen will und, ja, sich mit ihr anbanden will irgendwie. Ähm, ich bin gespannt, ob das wirklich ein, wirklich, wirklich ein Thing wird, ob das wirklich, ob da wirklich was daraus wird, so, mit den Euron Driftings oder ob Euron einfach vorher stirbt und dann, ja. Oder ob Euron stirbt, und zwar, und dann Theon und, äh, äh, seine Schwester quasi den Plan übernehmen oder so. Oder ob die Schiffe dann noch da sind und das irgendwie noch zusammengeführt wird oder nicht. Ähm, ja, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall Ende dieser Season Daenerys, äh, nach Westeros segeln sehen. Denn dann, ähm, reitet sie noch kurz voraus, ja, und, äh, ja, alleine lässt die anderen alle stehen und denkt, so, shit, was geht jetzt hier vor sich? Alle werden ein bisschen unruhig. Und dann, dann sieht man schon den Schatten über die Dothraki fliegen und fucking shit, get real. Äh, Drogon ist wieder da und er ist noch größer als je zuvor und ich dachte mir so, okay, er ist jetzt da und Daenerys steht halt wieder so vor ihm oder shit. Nein, sie reitet direkt auf ihm und dann landet sie so episch vor der Armee und meint so, werdet ihr mir alle, ähm, folgen und shit, Weil normalerweise ein Kahl ja drei, oder ein paar Bloodrider auswählt, die ihn bis in den Tod folgen und beschützen quasi sowas wie die Kingsguard in Extrem sind und überhaupt, ähm, und sie fragt sie halt alle, die ganze Dothraki-Army oder die ganzen Dothraki, ob sie ja bis in den Tod folgen, äh, mit ihr über das Meer nach Westeros segeln und überhaupt und shit. Und ja, das war auch das, was am Ende der Folge passiert ist, aber ich möchte jetzt noch über die für mich beste und epischste Storyline wie immer am Ende reden. Und zwar Bran. Ah, war das cool, also mehrere Sachen, die ziemlich nice waren, ja. Bran und Mirra sind ja letzte Folge geflohen, Hodor hat sich heldenhaft geopfert und, ähm, ja, Mirra zieht ihn so schnell sie kann irgendwie durch den Schnee, was aber halt für sie ziemlich schwierig ist, weil sie halt nicht fucking zwei Meter groß ist wie Hodor. Ähm, und ja, Bran halt dann, glaube ich, auch schon ein bisschen schwerer geworden ist, ne, als er noch in Season 1 war. Ähm, ja. Ist dann halt ziemlich doof, ähm, weil sie werden natürlich weiterhin von, äh, White Walkern gechased. Aber wir sehen durch die Augen von Bran nochmal ganz viel, ganz schnelle Bilder an Flashbacks und wir sehen zum einen den Mad King. Burn them all! Und wie er von Jaime dann auch abgeschlachtet wird und, ähm, generell einige Bilder von Robert's Rebellion. Wir sehen, ähm, einen Drachenschatten über King's Landing, episch, nice. Natürlich sind die Bilder alle ganz schnell, man muss halt sich das vielleicht nochmal ein bisschen auch genauer angucken und so. Wir sehen, äh, wir sehen, äh, noch ein paar Szenen aus, ähm, äh, Tower of Joy oder die zumindest sehr wahrscheinlich dazugehören, nämlich, äh, ja, blutige Hände und blutige Wände, ähm, die ja wohl zu, wahrscheinlich zu Liana gehören, die vielleicht gerade, äh, jemanden geboren hat. Vielleicht, äh, A plus L equals J, Jon Snow. Ähm, wir wissen es nicht. Wir hören nochmal, ähm, Ned sagen, my sister und wir sehen ihn dabei vor dem Tower oder da irgendwie in dem Kontext stehen, was ja auch nochmal mehr in die Richtung deutet. Ähm, ja, generell. Und dann wacht er aber endlich auf, aber sie sind ganz schön screwed. Mira ist schon so, I'm sorry, oh, this is the last moment, wir werden sterben, shit. Und, ähm, dann werden sie gerettet. Bam, bam, aber nicht, äh, ganz, also, für jemanden, der das vielleicht nicht, äh, äh, oder der Game of Thrones nicht so intensiv oder noch nicht so lange schon jetzt irgendwie, warum auch immer, die ersten paar Seasons übersprungen hätte, der würde jetzt nicht verstehen, was abgeht. Aber, es ist ein mysteriöser Reiter und im Buch ist es Cold Hand und da ist alles nochmal ein bisschen anders. Das ist wohl relativ, ähm, ein ziemlich großer Unterschied zum Buch, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ähm, ja, Cold Hand kann ich jetzt zu dem Buch Cold Hand wenig sagen, ähm, aber ich kann sagen, dass ich mir schon meine Hoffnung und Vermutung hatte, dass das jetzt passiert, was passiert ist. Und ich war ziemlich froh, ähm, denn sie werden dann gerettet von so einem Typen in Kutte und da, der halt mit, mit so einem, so einer Kette mit so einer, keine Ahnung, mit so einem Feuerding dran, dann die White Walker, Niederslade und überhaupt. Und sie dann alle halt direkt verbrennen, was gut ist, ne. Und, äh, es stellt sich heraus, es ist ein Charakter, den ich immer sehr mochte und mich immer gefragt habe, wann er denn wiederkommt, weil er nur zwei Folgen, glaube ich, vorkam. In ganz Game of Thrones habe ich ihn immer ziemlich nice fand. Und, ähm, ja, Benjen Stark ist back, Leute, nice. Er ist in der ersten Season, ähm, ja, hatte ein paar Leute von der Night's Watch, ähm, nachdem er mit Jon daher zur War gegangen ist, äh, nördlich der War geführt und ist nie wieder zurückgekommen. Und ich, als jemand, der die Bücher, wie gesagt, nicht so weit gelesen hat, hatte auch schon, äh, für mich war der Tod von Jon Snow ja so eine leichte Überraschung. Es war jetzt nicht der totale, superkrasse, super Twist, aber ich habe schon gedacht, scheiße, nein! Und, ähm, ja, sie haben ja dann auch noch gesagt, ist hier Anke Benjen, he's back, he's set, he, bla, 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 irgendwie. Und dann kam schon diese Musik und ich dachte, Benjen, Benjen, bist du's? Und, äh, ja, war dann natürlich nur Scam, weil dann stand da dieses Schild mit Trader, ähm, aber jetzt ist er wirklich wieder da, mit Bran. Ähm, wir erfahren, dass er quasi von Wild Walkern übermannt wurde, dann Schilde of the Forest auch Dragonglass irgendwie in ihn indiziert haben. Und, äh, er jetzt irgendwie auch so ein weird, äh, weirder Halb-Wild Walker ist, der aber quasi noch ein Mensch ist, das ist ganz weird. Ich bin mir da auch noch nicht zu 100% sicher, wie es ist, aber in die Richtung geht es. Ähm, müsste ich mir die Folge nochmal re-watchen, jetzt die Tage. Ähm, ja, aber das ist sehr cool. Ich hoffe, dass, also, also er ist jetzt der, der den beiden auf jeden Fall, ähm, kampftechnisch nochmal deutlich helfen kann. Ähm, aus irgendeinem Grund hatten die dann Kaninchen gefangen und er quetscht das Blut raus und dann gibt es Bran zu trinken. Ich dachte mir schon, okay, was für ein weirder Shit ist das? Ähm, statt halt Schnee irgendwie zu schmelzen. Oder hat das irgendeine spezielle Bewandtnis, so von wegen, weil er jetzt der, äh, laut Benjen der neue Three-Eyed Raven ist und überhaupt. Und, äh, ja, er meinte, der würde, Bran würde es dann möglichst bald schaffen, hoffentlich. Oh, und in seinen Flashbacks hat er auch noch, äh, Harum gesehen aus Season 5. Ja, also wo die ganzen Wildlings von abgeschlachtet werden, das große Battle aus Season 5, ihr erinnert euch? Ja. Genau, das hat er auch noch in seinem Flashback gesehen. Ähm, ja, ich bin ziemlich gespannt, das ist jetzt eine ziemlich coole Sache. Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht Ende der Season, ähm, ich denke aber erst nach dem Battle of Bastards, wie es jetzt schon genannt wird, also Jon Snow vs. Ramsay, ähm, ja, dass wir danach auch irgendwann vielleicht am Ende der Season oder so, oder vielleicht Anfang nächster Season, ähm, dann dann Benjen und Jon Snow Reunion haben, weil die beiden sind immer ziemlich, äh, dicke gewesen, so gefühlt. Also, soweit man es zumindest sagen konnte, weil der kam ja halt nur so kurz vor. Ähm, und ja, das fände ich ziemlich cool. Ähm, Benjen kann der Night's Watch und generell Vestras auch noch sehr nützlich sein, weil er halt die ganze Zeit nördlich der Wall war und glaube ich schon relativ gut weiß, wie man jetzt, äh, gegen White Walker was machen kann, weil bisher war es ja, wie gesagt, immer so in Schlachten, ähm, dass die White Walker einfach alles niedergeslayt haben, oder die, oder Whites generell. Und, äh, ja, vielleicht kann man das dann ein bisschen, ja, die Voraussetzung für so einen Kampf ein bisschen verbessern. Genau, das war tatsächlich diese Folge. Also, am besten hat mir gefallen wirklich Bran und ich glaube Arya, diese Folge. Ich fand Daenerys auch cool, aber irgendwie, es hat mich nicht ganz gepackt. Es hat, es war schon nice, aber es hat mich nicht so gepackt wie früher immer, wenn sie da ihre Reden gehalten hat. Ich weiß nicht, weil ich, war das auch heute einfach in der Situation, in der ich es gesehen habe, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ähm, ich werde es ja dann, ich gucke die Folge dann im Laufe der Woche halt immer nochmal, um, ne, mich nochmal, äh, um sicherzustellen, dass ich vielleicht nichts übersehen habe. Ähm, genau, das war's. Was fandet ihr diese Folge ziemlich cool? Schaut auch auf unserem Channel vorbei, falls ihr kein Abonnent seid und so, fände ich ziemlich cool. Eine Bewertung für das Video wäre natürlich auch nice. Und, äh, ja, sonst schreibt mir eure Meinung zu den ganzen Storylines bitte in die Kommentare, fände ich ziemlich nice. Ähm, ja. Vor allem, was denkt ihr, was mit Benjo und Bran abgeht? Und, äh, generell, ziemlich cool. Es geht wieder, also wirklich aktuell ganz viel ab. Ähm, diese Season ist wirklich sehr intensiv und geht sehr schnell voran. Ähm, was mir bisher aber sehr gut gefällt. Okay, soviel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Tschaußen. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020